Die meisten, wie soll ich sagen, haben da wirklich ein bisschen Angst und Sorge und sind da gefangen einfach in diesen Strudel an Zeit und Stress vermutlich, wo man einfach in der Früh in die Arbeit geht, aber damit meistens meint man fährt, mit der U-Bahn oder so. Und am Abend dasselbe wieder retour und danke, tschüss und fertig sind wir. Und wenn man da eben, und da vielleicht bringt dieses Time-Blocking ein bisschen auch dazu, einfach diese Freiräume schafft und Dinge sagt, okay, das ist jetzt eine Stunde, mache ich jetzt jenes und dann eine halbe Stunde eben mal raus und denken, dann ist das gut. Und ich glaube, es ist viel in uns sozusagen, was uns da antreibt im Sinn von, naja, aber was sollen denn die Kollegen denken, wenn ich da jetzt eine halbe Stunde draußen im Kreis gehe sozusagen und dann sieht mich wer und glaubt ich, du arbeitest auch an die ganze Zeit. Also es gibt schon so Sachen, wo man sich selber da ein bisschen befreien muss von diesen, sind das eigentlich Vorurteile, ich weiß gar nicht, also von diesen Zwängen sozusagen, naja, ich muss vor dem Computer sitzen und so tun, wie wenn ich arbeite, nur dann bin ich produktiv oder dann wirkt es, dass ich produktiv bin. Und sozusagen die Möglichkeiten, die es braucht, damit ich so richtig 100% meiner Leistung abrufen kann, ich vergleiche das gerne mit Athleten oder so, man sieht dort den Wettkampf, man sieht das Spiel, aber der macht ja viel mehr und auch vor dem Spiel tut er sich aufwärmen und nach dem Spiel tut er regenerieren und ähnliches. Alles das gehört dazu, um diese Leistung zu bringen und es ist nicht einfach den ganzen Tag mit dem Ball am Fußballplatz zu sein und ja, also da glaube ich, muss man sich ein bisschen noch mehr befreien und auch quasi den Boden dafür legen, dass die Mitarbeiter auch entsprechend arbeiten können und eben nicht alle dann mit einem schiefen Auge anschauen, wenn mal einer irgendwie sich probiert, ein bisschen zu bewegen, um vielleicht seinen Kopf freizubekommen. Vielen Dank.